Frequenztechnologie ist grundsätzlich schädlich, weil der Körper einfach diese Frequenz, die wir eingeben, einfach nicht aufnehmen kann. Ich habe 1984 als Erster klassifiziert, wir bestehen auf 62 chemischen Elementen aus dem Periodensystem und wenn du 5 Frequenzen eingibst, was machen dann die anderen 57 chemischen Elemente? Oder wenn du 2000 eingibst, der Körper wird ja ganz nervös. Und so haben wir uns dann entschlossen, okay, wir präsentieren das akustische Informationstechnologie. Da wurde gesagt, okay, also das kriegst du gar nicht hin, das dauert mindestens 20 bis 30 Jahre jetzt, weil wir verdienen zur Zeit noch mit dem, was wir jetzt tun. Und selbst wenn jetzt so 100 Wissenschaftler sagen, es ist schädlich, selbst wenn 100 Ärzte sagen, es ist schädlich, solange ein Staat nicht sagt, wir akzeptieren das, ist es okay. Und ich habe, und das können Sie alle machen, ich habe jetzt hier in dem kleinen Buch hier, das ist nur ausgedruckt, also es ist unglaublich, was ich da gelesen habe. Da ist zum Beispiel ein Dr. Charles Graham, er ist Forscher, Psychologe und er hat herausgefunden jetzt, dass also Strahlungen so einen verheerenden Effekt haben an Männer und Frauen, an Brustkrebs und an Prostatakrebs. Und zwar das, was wir tun mit dem, und da schreibt er da vorne, die gesundheitsschädliche Wirkung von Erdstrahlen, Wasseradern, Verwerfungen, Erdbrüchen und Elektrosmog ist bis heute leider wissenschaftlich ungesichert und von den Staaten umstritten. Also 600 Wissenschaftler in der Welt haben wissenschaftlich bewiesen, es ist schädlich und trotzdem wird nichts getan, tut sich nichts. Und als wir das letzte Mal... Lass mich das mal kurz auf einen Nenner bringen. Also ihr habt den Zusammenhang festgestellt zwischen diesen Strahlungen, primär auch die Satelliteninterne Navigation und den Glucosetrackern, den Opening Switches. Ja, Tracking Switches. Tracking Switches. Habt ihr den Zusammenhang erkannt und habt festgestellt, okay, ich kann jetzt aber mit einer elektromagnetischen Schwingung, mit einer Therapie kann ich nichts machen. Deswegen habt ihr den Ganzen... Hatte keinen Einfluss. Geht nicht, reagiert der Körper schädlich drauf, sieht man anhand von den Zeppern. Und ihr habt jetzt einen anderen Ansatz gewählt, indem ihr eine akustische Informationstechnologie nehmt. Das heißt also eine Trägerschwingung, die über die Luft übertragen wird, nicht über elektromagnetische Wellen. Ist das der Gedanke, der dahinter steckt, um damit dann gewisse Therapien zu machen? Okay, du kannst ein Wort, kannst du übertragen, das sind ja alle Schwingungen. Ja, ja. Ich sage zum Beispiel Mensch. Ja, dann... Okay, ich kann es aber auch digitalisieren und mache eine Frequenz aus diesem Menschen. Wenn ich dir Mensch sage, verstehst du das. Gebe ich dir eine Frequenz ein, verstehst du es nicht. Damit sich der Gesamtkörper... Wir bestehen ja aus zwei verschiedenen energetischen Phasen. Also die eine Phase ist ja praktisch der Körper mit seinen Funktionen und das andere ist das Nervensystem. Und mit dem Nervensystem korrespondiert auch das Blutsystem, also unser roten Blutkörperchen, funktioniert mit dem Nervensystem. Und diese beiden sind grundsätzlich unterschiedlicher Natur. Das eine, das funktioniert nur auf frequenztechnologische Maßnahmen. Da kannst du nur etwas tun, wenn du eine Frequenz in den Körper eingibst. Und das andere, das funktioniert nur auf die Sprache. Du kannst mit dem Problem sprechen. Und wenn ich jetzt sage, okay, also ich habe Diabetics und ich möchte jetzt, dass ich also morgen gesund wäre. Das kann ich jetzt digitalisieren und mache jetzt eine Frequenz draus und gebe diese Frequenz in den Körper ein. Nichts passiert. Wenn ich aber jetzt... Ich habe eine Formel gemacht, da habe ich... Also wir haben in das gesamte System 30 Millionen investiert. Das ist eigenes Geld plus nochmal 13, 15 Millionen an die Stiftung Krebsforschung in Deutschland. Allein nur in die Programmierung, dass wir also praktisch alle uns bekannten guten Seiten der Frequenztechnologie... Und es gibt gute Seiten, haben wir digitalisiert als akustische Information. Wir haben eine Information, die praktisch nur mit dem Nervensystem, das Gehirn... Die Gehirnzelle arbeitet ja 50-50, wie ein Stabmagnet. Und die Körperzelle arbeitet 60-40. 60 Prozent der Energie einer Zelle ist in der Membrane, 40 Prozent im Kern und im Plasma. Und in den originellen. So, wenn ich jetzt eine Sinuskurve, den Körper anbiete, dann geht die durch, da geht die durch, die Zelle durch. Kann nicht verstanden werden, also in einem von Grund, weil die Zelle diese 30 Hertz zum Beispiel, die ich anbiete, geht einfach durch. Aber das Nervensystem versteht 30 Hertz, weil es genauso arbeitet jetzt, wie die 30 Hertz sind. Plus, minus, wie ein Stabmagnet. Du musst also praktisch die 30 Hertz 60-40 modulieren. Das war ein 15-jähriges, das habe ich also vor 20 Jahren schon gemacht. Du musst die 30 Hertz jetzt umstrukturieren in 18 Hertz plus eine Amplitude, bisschen warten, 12 Hertz, eine Amplitude, bisschen warten. Wenn ich das jetzt in dieser sogenannten Doppelfrequenz in den Körper eingebe, akustisch eingebe, weiß die Zelle sofort, aha, das ist es. Ich kann mit der Zelle sprechen. So, und ich kann dir etwas sagen und da kriegst du ein unglaublich schönes Gefühl und ich kann dir etwas sagen, da wirst du unglaublich böse. Das heißt jetzt, ich spreche ja auch jetzt nicht unbedingt jetzt in einer Frequenz, sondern ich spreche ja in einer akustischen Informationsfrequenz, die du hörst. Und du kannst doch, darum heißt es ja auch, egal, ob du jetzt im Wachkoma liegst und so, spreche ruhig mit dem Wachkoma-Patienten, der kann dich schon hören. Ja, er kann dich ja, wie kann er dich denn hören? Er kann dich ja nicht hören, wenn er keine Gehirnfunktion hat, sondern er kann dich ja nur hören, wenn du mit dem Sprichstätze, dass der Körper, der Gesamtkörper das versteht. Also die Haut und die Organe und alles, was da dran ist. Ich glaube, das ist ein Thema. Untertitelung des ZDF, 2020